Frei. Die Gedanken sind frei. Frei. Wer kann sie erraten? Wer kann sie erraten? Kannst du meine Gedanken erraten? Nein. Ich glaube, Schalbock. Was denn Martha? Weißt du? Wer kann Marthas Gedanken erraten? Oh, ich denke an eine Nummer von 1 bis 10. Ja, ich habe es für andere. Hast du jetzt nicht Armeisen? Aber eine Nummer von Armeisen. Eine Nummer von 1 bis 10. Eine Armeisen habe ich jetzt im Kopf. Du wünschst es nicht. Willi, wenn du das er weißt. Ich glaube, du wünschst 10 Armeisen haben. Weil du am meisten Armeisen haben kannst. Hast du so viel Armeisen? Vielleicht kannst du besser aus. Ja, Dora? Nein. Ein Armeisen haben. Ja. 6? Nein. Nein. Wer kann es erraten? Nein. Nein. Wer kann meine Gedanken erraten? Nein. 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 Aber niemand kann die Gedanken erwarten. Die Gedanken sind frei. Wer kann sie erwarten? Sie fliehen. Vorbei, sie fliehen vorbei, wie nächtliche Schatten, hier ist Licht und da auf dem Boden, ich liege im Schatten von Wilma, kein Licht. Kein Schatten, Schatten, wie nächtliche Schatten, wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen. Willi, kann ich nicht wissen. Rupert, auch nicht. Daniel auch nicht. Kann ich die schießen? Ja. Kannst du meine Gedanken? Nein. Kein Mensch kann sie wissen. Kein Jäger erschießen. Kein Jäger erschießen. Kein Mensch kann sie wissen. Kein Jäger erschießen. Kein Mensch kann sie wissen. Kein Jäger erschießen. Kein Jäger erschießen. Die Gedanken sind frei. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliehen vorbei, wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen, es bleibt dabei, die Gedanken sind frei. Wer zu sein hat? Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliehen vorbei, wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen, es bleibt dabei. Die Gedanken sind frei. Sie sind frei. Sie sind frei. Sie sind frei.